Ok, erst wenn wir drin sind, es war... Oh Gott, was war eigentlich dein Ziel? Dachst du einfach kill your brother? Ich mach irgendwelche Aufgaben bei dir, Degen. Ja, warte, ich mach einfach... Oma! Bist du schon... Oh nee, du bist wieder auf deinen komischen Medikamenten, oder? Du bist wieder komplett am Durchdringen. Komm mal her, ich muss dir mal was zeigen, komm mal hier ist ein Schlüssel. Ok, warte mal. Oh, sorry, hab ich nicht getroffen? Das wollte ich nicht, ich hab Fußgelb... Äh, lol! Das ist ein großer roter Schlüssel, was kannst du damit machen, Baby Boris? Ich kann den... Ich kann... Ich kann mit dem nichts machen. Kannst du denn... Kannst du da irgendetwas mitmachen? Nö. Hä? Aua! 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 Ich packe in der Box Hilfe! Geht nichts mehr. Aua! Ich bin einfach aufgestanden. Wieso ist hier so ein roter Schlüssel? Das muss irgendwas zu bedeuten haben. Da unten, in meiner Kissenburg. Ich bin in meiner Kissenburg versteckt. Du wirst mich nie finden. Großvater, ich habe mir dieses Haus gebaut. Ich kenne jedes Versteck. Und ich die Kissenburg. Wo bist du, Oma? Ich hab... Wo bist du denn? Bitte nimm nicht diese roten Pillen. Die sind nicht... Wieso... Wo bist du denn? Ach, du bist die Treppe runtergefahren. Warte, ich helf dir auf. Oh, tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, ne. Mein Arzt hat die Liebe verschrieben. Juist nicht. dost..... Hast du mir eigentlich uspring für gar Garglaute gedacht und, hey. Aber ich bin auch keine Garglaute. Ich dachte nur du liebst mich. Meine Augen schon. Genau. Oh! Mm! Du trinkst nix davon. Ich hasse dich, Oma. Ich hab doch Rheuma. Ja, juck mich nicht. Ich hab ein Deal. Ich hab ein Deal gemacht. Nichts? Baby Boris, ich hab ein Deal gemacht. Oh, nee. Lucifer. Kann ich das nehmen? Gebt mir unvorstellbare Macht. Nein, aah. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Oh, scheiße. Nein. Was hab ich gemacht? Ich hab deine Thekan. Oh, Gott. Was ist hier los? Oh, du machst mir Angst. Ah, ich fang mir in der Tür. Alter. Was ist denn los? Hilfe. Ich brauch Hilfe. Ich geh jetzt wieder den Schlüssel suchen. Junge, ich bin verwacht. Du hast mich eingesperrt. Könnt ihr nicht aufmachen? Diesen Schlüssel suchen. Nein, nein, nein. Was macht dieser Schlüssel? Hilfe. Was ist denn los? Ich komm mir nicht mehr raus. Und ich kann auch nicht mehr den Schlüssel machen, wenn ich in dieser besessenen Form bin. Okay. Kannst du mir aber vielleicht mal helfen? Ich mag hier in dem... Junge, ich komm mir nicht raus. Doch, ich bin rausgekommen. Aber ich hab die Theke eine verloren, oder? Mann, ich hab sie noch. Eine Ahnung, Baby Boris. Ob ich die Zink geworfen? Ich hab sie verloren. Mann, ich bin zu fett für dadurch. Ich weiß viel besser. Ah, hier geht's nur raus. Gebäude, du bist du. Ich bin hier unten. Ich suche gerade so ein Geheimversteck, das ich gebaut habe. Zusammen mit Opa. Bist du ihn aufgefressen hast. Ja, ich wangst vor dir. Nein, ich komme hier nicht durch. Ah, das ist echt ein kleines Horror-Spiel. Kannst du jetzt irgendwas machen mit diesem roten Schlüssel? Stimmt, warte mal. Echt, was ich... Was du mit den Dingen auf sich machst? Ja, es muss ja irgendwas haben. Also, ja. Ich hab bei einem anderen die Tüfe gesehen, dass wirklich da... Vielleicht kann ich nichts machen. Kann ich die abschließen? Also wie Dämonen und irgendwie, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, was man mit dem machen kann. Aber auf jeden Fall, ich kann auch nicht mit ihm interagieren. Vielleicht muss man da irgendetwas Spezielles machen oder so. Vielleicht beim Halloween-Level. Stimmt, ja. Ja, Leute, das... Oh, oh. Nein. Das wollten wir auch demnächst mal spielen. Oh Gott. Oh, nee. Nein, du doofe Tür. Nein, nein, nein. Nein, das kannst du mir nicht antun. Wieso ist hier das Fenster nicht offen? Mach auf. Hä? Baby Boris. Nein, 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 nein. Baby, komm vorbei. Oh, oh, nein. Fünf, sechs. Ah. Nein. Hilfe. Ich bin Boris. Höre dich. Friss Feuer. Ja. 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 Friss. Kunai, Allah ist geil. Ich kann das Kunai nicht nehmen. Hilfe. Nein. Ah. Ah, es ist blöde. Holy crap. The crazy old hack tore my arm off. I need to call the cops before I bleed to death. Was? Ich muss jetzt search the glowing green cardboard. Ah, ich habe sie gefunden. Boxes for a phone. Okay. Ah, ich bin aus dem Fenster gefallen. Ich habe es gesehen. Oh, nein, die verrückte Oma. Was hast du eigentlich... Oh, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Nein. Ich bin noch nicht sterben. Ich bin noch viel zu jung. What? 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 Oh, mein Gott. Ja, würde ich aber auch sagen. Junge. Kleines Kind an den Kopf, Allah. Mir fällt ein Arm. Hilfe. Meine Großmutter ist irgendwie verrückt geworden. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr. Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will. Ich zeig's ihm mal. Halt. Ja, helfen Sie mir. Ich bin in Gefahr, Allah. Oh, Riss. Komm raus zum Spiel. Ich führ nix. Nein, nein, nein. Ah, der Fall. Ich war früher mal Vampirjäger. Oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ich bin immer noch drauf. Ah, mein zweiter Arm. Hab's noch immer drauf. Lecker, lecker, lecker. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo sind denn diese grünen Boxen, Alter? Ich check's nicht. Auf dem Dachboden. Ach so. Hä? Nein. Er hat nen Kollaps. Hilfe. Lecker, 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 lecker. Alter, was ist denn los? Ich komm hier nicht hoch. Also irgendwie ist mein Typ... Ah, jetzt ist es... Oh Gott, bis ich die gefunden habe. Fucker Bogen. Nicht hieß es keiner. Also es kommt aufs Gleiche hinaus. Entweder du stirbst. Also ich fress dich. Oder ich verrufst rechtzeitig die Cops. Und verblutest nicht. Aber irgendwann wirst du verblut. Scheiße. Komm die Bullen hier. Nein, nein, nein. Verpässt dich. Weil die Tür zu... Jetzt brauche ich den roten Key. Nein, nein. Das kann nicht wahr sein. Ich bring doch da hoch. Ich bring doch da hoch. Nein. Oh. Oh, ich hab überlebt. Ah. Ich hab den Schlüssel. Ich hab ihn. Weißt du, komm, ich muss mich einschließen. Lauf mal der Polizei hinterher, definitiv. Ich bin ja nicht der, wenn die reinkommt, ne? Kann ich die... Also... Oh Gott, bin ich erschrocken, Alter. Es war aber die Polizei. Ich will gucken, wie sie dich fertig machen, Oma. Du Büchotante. Oh Gott, die haben die Tür eingeschlagen. Was? Ja, tötet sie. Alter. Oh. Oh. Yeah, your grandmother is dead. Alter, die Polizisten sind der Kopf in der Ausgerast. Alter, war das geil. So, ich wollte sagen, das war's für die Folge. Genau. Leute. Also jetzt mal ganz ehrlich. Lasst unbedingt ein Like und ein Abo. Dort, wie die geisteskranke folgt. Schaut unbedingt bei Daydreamer vorbei. Unten verlinkt. Und natürlich in der Endcard. Alter, war das krass, ey. Ja, genau. Oder er kommt so zu euch. Und scheißt euch in den Briefkasten, Alter. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall, Leute. War's das mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao. Dude, your soda's on your car. Your soda's on your car. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. 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 Untertitelung des ZDF, 2020